Wenn ich zu Fuß durch die Welt gehe, schaue ich mir die Erde nicht nur mit meinen eigenen Augen an, sondern ich versuche immer wieder mich in die anderen hineinzufühlen, die Welt vielleicht mit den Augen des anderen zu betrachten. Wirtschaft ist ein zentraler Punkt in unserer Gesellschaftsstruktur. Sie gibt uns Arbeitsplätze, sie führt dazu, dass wir Geld verdienen können und trotzdem ist für mich immer wieder die Frage, wenn ich einen Megastaudamm baue, einen Fluss in seiner ganzen Länge immer wieder aufstaue, dann ist das ein massiver Eingriff in das Ökosystem. Und das hat nichts mit Oikos und Logos, mit dem Wissen vom Haus zu tun, mit der Ökologie. Es hat mit dem Oikos und Nomos, mit dem Management vom Haus zu tun, ohne irgendwie eine Ahnung von dem Haus zu haben.